Es ist Montag, herzlich willkommen zurück zum e-commerce.de Podcast. Ganz egal von wo du gerade zuhörst, iTunes, Spotify, auf YouTube, völlig egal. Ganz herzlich willkommen, heute erwartet dich was richtig cooles. Und zwar sprechen wir darüber, warum 99,4% aller Amazon Listings schlecht sind. Ja, die 99,4% sind ausgedacht, das ist keine offizielle Statistik. Aber das ist eine grobe Schätzung und es ist scheißegal, ob es 99,4% sind. Fest steht, der Großteil aller Amazon Listings sind weit hinter dem Potenzial, was sie eigentlich erreichen könnten. Und dadurch bedeutet auch, dass eine absolute Mehrheit aller Produkte, die auch vielleicht du gerade verkaufst oder in Zukunft verkaufen wirst, viel weniger Umsatz und viel weniger Gewinn machen, als sie eigentlich machen könnten. So, und über dieses Thema möchte ich heute mit dir sprechen und ich möchte dir konkrete Anhaltspunkte geben, warum das so ist, was du dagegen tun kannst und ja, einfach über das wichtigste Thema überhaupt sprechen. Denn ich sehe immer super viele Leute, die ja, entweder ein neues Produkt an den Markt bringen, irgendwie mal ein Listing aufgesetzt haben, das Listing auch gut ist, ja. Wir sprechen jetzt hier heute nicht über die Leute, die keine Produktbilder haben oder nur ein Produktbild haben und keine Beschreibung verwenden, so, darum geht es nicht, sondern wir sprechen wirklich um 99% aller Listings. Also um fast alle. Und ja, diese Fehler führen halt einfach dazu, dass die neuen Produkte auf den Markt bringen, sich darum kümmern, dann machen die Produkte irgendwie mal 10.000 Umsatz und dann wird sich damit zufrieden gegeben und dann wird gesagt, okay, wenn ich weiterkommen will, dann muss ich halt ein neues Produkt machen. Oder Leute sagen, okay, das Produkt funktioniert nicht, ich mache ein anderes Produkt oder ich gebe vielleicht sogar auf, ja. Oder Leute launchen ein Produkt und sehen, okay, es macht einigermaßen Umsatz, aber es ist nicht rentabel oder die PPC-Kosten sind zu hoch und akzeptieren das oder versuchen noch ein bisschen was am PPC rumzuschrauben, aber schaffen es nicht wirklich, das signifikant zu drehen und aus einem Produkt, was vielleicht 5.000 Umsatz macht, 20.000 zu machen oder aus einem Produkt, was vielleicht 2% Marge macht, 20% Marge zu machen und das sind Werte, die sind so definitiv machbar. Die meisten Händler vielleicht sogar in deiner Nische machen das und die schaffen das, weil die vielleicht gerade noch mehr Bewertungen als du haben, weil die mehr organische Sales machen und auch so einen Vorteil haben, weil die vielleicht vor dir da am Markt waren. Aber du musst jetzt schaffen, diesen Vorteil an dich zu ziehen und dein Listing und deine Verkaufsseite ist der Weg, das zu tun. So, also worum wird es heute nicht gehen? Es geht nicht darum, schöne Produktbilder zu machen, es geht auch nicht darum, eine tolle Beschreibung zu haben oder die Keywords in den Titel mit reinzusetzen, das sind alles Sachen, wenn du die nicht kennst, dann sollst du unbedingt unser Anfängertraining buchen, das ist einfach Basics, da werden wir jetzt heute nicht drüber sprechen, sondern wir werden wirklich drüber sprechen, was sind so die Sachen, die basierend auf einem eigentlich guten Listing gemacht werden sollten, um wirklich diesen Unterschied zur Konkurrenz zu haben. Aber, denn darum geht es, ja, damals, vor vier, fünf Jahren, als ich angefangen habe mit Amazon, hieß es, wenn du gute Produktbilder machst, dann wirst du auf Amazon viel Umsatz machen, weil alle Leute schlechte Produktbilder haben. Ja, jetzt haben halt alle gute Produktbilder, das heißt, mit guten Produktbildern, das kann nicht mehr der Weg sein. Das heißt, was kannst du on top machen? Was sind die Kirschen auf der Torte? So, und der erste Punkt, mit dem ich starten möchte, sind Produktvideos. Wenn du keine Produktvideos hast, machst, nutzt, dann ist es eine Katastrophe. Du solltest jetzt die Hände über deinem Kopf zusammenschlagen, alles, was du tust, gerade stehen und liegen lassen und sofort damit anfangen zu planen, wie ein Produktvideo für dein Produkt am besten aussehen kann. Einfach aus dem Grund, schau dir an, wie die Welt funktioniert. Leute lesen nicht mehr, Leute gucken sich nicht mehr Bilder an, Leute schauen Videos. Das siehst du einfach daran, was funktioniert und was nicht funktioniert. Was funktioniert aktuell? Social Media, guter Bereich. So, Instagram Reels haben schon mehr Watchtime mittlerweile als normal Instagram. So, Facebook benutzt irgendwie gefühlt fast niemand mehr. TikTok funktioniert extrem gut, YouTube funktioniert extrem gut. YouTube ist eine der ältesten Plattformen, trotzdem eine der Plattformen mit der höchsten Zuschauerbindung. Einfach, weil Leute viel Videos lesen, äh, Videos schauen. Das heißt, die Leute lesen weniger Zeitungen, sondern die gucken sich irgendwelche News-Zusammenschnitte drei Minuten lang auf YouTube an oder gucken abends Nachrichten. Es ist einfach ein Trend, den gibt es schon seit 100 Jahren gefühlt, von Schrift, Text über Bilder bis hin zu Video und Ton. Warum ist das so? Ganz einfach, man kann mehr Informationen in einer kürzeren Zeit vermitteln und kann dem Kunden viel plausibler erklären, wie das Produkt funktioniert, was vielleicht auch ein Unterschied von eigenen Produkten zu anderen Produkten ist, warum dein Produkt konkret wirklich die beste Wahl ist für den Kunden. Und das kannst du nicht in Bildern. Größtenteils ist das in Bildern einfach nicht möglich, das zu erklären. Zum Beispiel, wenn du erklären möchtest, wie ein Smoothie-Maker, ja, sagen wir mal, du hast, nur als Beispiel, du bringst einen Smoothie-Maker auf den Markt, so einen Mixer und, ähm, du hast jetzt geschaut, dass du wirklich Top-Qualität hast, hast dafür ein bisschen mehr im Einkaufspreis bezahlt, aber dafür kann dein Ding auch problemlos Eiswürfel schreddern und gefrorene Früchte schreddern, so, was für die Zielgruppe halt relevant ist. So, jetzt schreibst du halt rein in dein Listing auf dem Bild, jo, Eiswürfel, kein Problem, 2000 Watt, so. Das schreibt aber jeder drauf. Ja, und auf dem Bild kann das jeder machen. In dem Video das zu zeigen, dass das wirklich funktioniert, wie das funktioniert, was für Geräusche das dabei macht, wie danach die Flüssigkeit so aus dem Ding rausgießt und wo man sieht, dass es keine Stückchen mehr gibt, das kannst du in dem Bild nicht zeigen. Zumindest lange nicht in so einer Art und Weise. Und in dem Video ist es halt super easy zu zeigen. Und wenn du das zum Beispiel tust, dann hast du schon mal einen riesen Vorteil, und es wird viel einfacher, dein Produkt zu kaufen. Wenn du ein Zelt verkaufst und sagst, das ist in zwei Minuten aufgebaut, zeig in dem Video, wie das aufgebaut wird. Weil der Kunde dadurch einfach viel einfacher wird, für ihn das zu kaufen, weil er schon sieht, ey, so und so funktioniert das halt später. So, wir können wir mal kurz rausschneiden. Wie funktioniert das später? Und der nächste Step, den du dann gehen kannst, ist zu schauen, okay, wenn die Kunden zum Beispiel Fragen haben, Kunden stellen ja oft auf Amazon-Listiken irgendwelche Fragen, zum Beispiel, hey, wie wird das aufgebaut, wie installiere ich das, wie mache ich das hier und da, wie läuft das und dies. Und das kannst du auch in Videos zeigen, in Kurzvideos, 10, 15 Sekunden. Dann kannst du zum Beispiel, wenn du zum Beispiel eine Brand aufbauen willst, eine Marke aufbauen willst, oder dein Produkt grundsätzlich irgendwie eine Backstory hat, sowas zum Beispiel im Video erzählen, das ist in einem Bild nicht so cool. Sagen wir mal beispielsweise, du stellst in Deutschland deine Produkte her. Stell dir vor, du hast ein Video, wo du beim Hersteller durch die Fabrik läufst und zeigst, wie das läuft. Und deine ganzen Konkurrenten machen das in Asien. Dann ist das ein absoluter Grund, bei dir zu kaufen. Oder vielleicht bist du sogar, vielleicht hörst du zu und bist sogar Hersteller selbst. Dann sind das Dinge, die kann man extrem gut umsetzen. Du musst die Videos auch nicht selber produzieren, dafür gibt es Agenturen, wir haben zum Beispiel Kontakte bei uns in unseren Trainings, wir können dir sogar dabei direkt helfen. Kannst du es aber auch selber machen, theoretisch kommt immer ein bisschen auf die Komplexität und auch deine Skills an im Bereich Videos. So, aber das ist ein Punkt, der macht einen gravierenden Unterschied aktuell. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die machen die Chinesen nicht. Warum nicht? Ja, weil wenn die ein Video machen, dann, das ist halt weird, ne? Erstmal sprechen die wahrscheinlich kein Deutsch und dann, wenn du halt so siehst, ich sage jetzt einfach mal, es ist so dieser, das ist so gedeckter, ja, wenn einfach ein Chinese das Produkt aufbaut, dann denken sich alle, das ist ein komisches Pillow-Produkt, das ist einfach nicht so legit, als wenn du irgendwo in den Bergen bist oder auf irgendeinem Campingplatz, wo man klar erkennt, das ist in Deutschland oder es ist zumindest in Europa und in Europäer baut das auf. Das ist einfach dieses, du kaufst als Deutscher kaufst du lieber bei deutschen Unternehmen, als Spanier kaufst du lieber bei spanischen Unternehmen und als Österreicher oder Schweizer kaufst du wahrscheinlich lieber bei einem Österreicher oder Schweizer Unternehmen oder halt bei Deutschen, aber irgendwas, was halt gefühlt aus der Region kommt, weil du da einfach ein höheres Vertrauen zu hast und das kannst du halt in einem Video rüberbringen, wie das kein Chinese oder sowas machen kann einfach, klarer Vorteil. Dann das Thema so, wirklich, das ist so relevant, Vertrauen. Die wenigsten Leute setzen in ihrem Listing auf das Thema Vertrauen. Das heißt, man findet Vorteile vom Produkt. Irgendwann hat mal jemand erzählt, ich habe dazu gehört, hey, ihr müsst bei Produktbildern nicht nur auf die Eigenschaften eurer Produkte eingehen, niemand interessiert, ob euer Smoothie Maker aus Plastikstoff XY ist oder ob das Glas in 3200 Grad gegossen wurde oder 3100 Grad oder aus welchem Polyphenolstoff eure Verpackung besteht, sondern die Leute interessiert, okay, wie stark ist das Ding, wie schnell, was kann ich damit mixen, wie viel passt da rein an Flüssigkeit, was kann ich damit vielleicht auch nicht mixen, habe ich da einen Becher bei, keinen Becher bei und so weiter und so fort. Also Sachen, die wirklich praktikabel für den Kunden relevant sind. Am Ende des Tages interessiert es denjenigen, der zum Beispiel irgendwie Proteinpulver konsumiert, was hat das für eine Auswirkung auf meinen Körper, wie viel schneller kann ich damit vielleicht Muskeln aufbauen. Was sie nicht interessiert, ist, keine Ahnung, in welchem, welche chemische Produkt, Prozesskette dafür verantwortlich war, dass jetzt dieses Protein extrahiert werden konnte aus dem Grundstoff, zum Beispiel aus, keine Ahnung, Milch oder so, I don't know, ist nicht mein Themengebiet. Das interessiert den Kunden nicht, der chemische Prozess dahinter, ihn interessiert, was bringt mir das? Vorteile sind also wichtig, aber Vorteile sind auch nicht alles, denn jeder kann ja irgendwelche Vorteile claimen. Bleiben wir einfach mal beim Thema Supplements, weil es ein gutes Beispiel ist. Irgendjemand erzählt jetzt, ja, mit meinem Produkt kannst du schneller Muskeln aufbauen. Nehmen wir das einfach mal an, das ist übrigens gar nicht erlaubt in Deutschland, wobei man das über, wenn man ein bisschen smart ist, kann man das trotzdem machen, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber sagen wir mal, irgendjemand claimt jetzt, okay, Proteinpulver, ja, damit baust du schneller Muskeln auf, du bist gesünder, dir geht es besser, du hast mehr Energie oder du verkaufst eine Zahnpasta, damit hast du weißere Zähne, gesündere Zähne, siehst besser aus oder, keine Ahnung, du hast ein, du hast ein, schlag mich tot, irgendein Vitaminkomplex, damit wirst du nicht mehr krank und so weiter und so fort. Das ist ja bei jedem Produkt irgendwie irgendwelche Claims oder du hast ein Zelt, das kannst du in einer Minute aufbauen, das ist egal, wie schlimm Wetter und Sturm draußen ist, da drin bleibst es trocken und so weiter und so fort. Das sind alles irgendwelche Claims, das sind Behauptungen, die du zu einem Produkt aufstellst, die im besten Fall natürlich wahr sind. Es ist immer dumm, was zu erzählen, was dein Produkt eigentlich gar nicht kann, das ist schwachsinnig, weil dann kriegst du Retouren. Aber trotzdem ist es so, dass der Kunde natürlich nur in gewisser Art und Weise dir glaubt, weil du halt der Verkäufer bist. Das ist so, jeder kennt das, wenn man irgendwie beim Versicherer so ist, dann sagt er, du brauchst noch die Versicherung. Dann sagst du, warum? Ja, ja, die brauchst du einfach, das ist ultra wichtig. Natürlich sagt er das, das ist eine super Versicherung, weil er dir die Versicherung halt verkaufen will. Und das ist halt super wichtig zu verstehen, auch als Verkäufer, dass Kunden auf Amazon auch so denken, dass natürlich jeder von seinem Produkt nur das Beste behauptet. Das heißt, das Thema Vertrauen spielt eine große Rolle. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum Markenprodukte eine höhere Conversion haben als Nicht-Markenprodukte. Einfach, weil du Adidas zum Beispiel vertraust, dass wenn du Schuhe von denen kaufst, dass sie zumindest einigermaßen vernünftig sind. Du kaufst nicht bei Adidas Schuhe, weil es die besten Schuhe der Welt sind. Das muss man mal verstehen. Das ist tiefe Verkaufspsychologie. Sondern einfach nur, weil du weißt, dass es nicht Bullshit ist. Das reicht dir aus. Du kaufst zum Beispiel ein Samsung-Telefon oder sowas, einfach weil du weißt, dass es vernünftig ist. Oder ein iPhone kaufst du, ein neues iPhone kommt raus. Apple sagt, es ist die beste Kamera aller Zeiten und du kaufst dieses Telefon, weil in der Vergangenheit sich gezeigt hat, dass wenn du es gekauft hast, nicht das Telefon bekommen hast und dir gedacht hast, die Kamera ist voll scheiße. Das ist Vertrauen. Leute kaufen bei Marken, weil sie Vertrauen in die Marke aufgebaut haben. Das heißt, du hast die Herausforderung für dich in deinem Listing, auf deiner Verkaufsseite, in der kurzen Zeit so viel Vertrauen aufzubauen, dass der Kunde wirklich dir deine Behauptung mehr glaubt als bei anderen Leuten. Weil jeder schreibt doch, dass durch das Protein irgendwie die Leute schneller Muskeln aufbauen können oder irgendeine Abnehmpille da schneller Gewicht verlieren oder dass deren Zelt am sichersten und am stabilsten ist oder dass deren Produkt die beste Qualität hat. Wie oft sehe ich das bei Amazon? Top Qualität. 100% Qualität. Hält Ewigkeiten. Du musst nicht ständig was Neues kaufen. Und so weiter und so fort. Das schreibt doch jeder. Und wenn du es schaffst, aber mehr Vertrauen aufzubauen als die anderen Leute, dann werden die Leute dir mehr glauben und deine Vorteile, die du reingebracht hast, werden glaubwürdiger und dadurch werden sie stärker und dadurch werden deine Verkaufsargumente stärker und dadurch werden mehr Kunden bei dir kaufen. Wie schaffst du das? Wir haben zum Beispiel bei uns im Training ein komplettes System, eine komplette Strategie, wie Vertrauen konkret aufgebaut werden kann. Produktvideo zum Beispiel ist schon mal eine Sache, denn du kannst etwas aktiv zeigen. Das heißt, du kannst aktiv zeigen, dass der Smoothie Maker das Eis zertrümmert. Was auch Vertrauen zum Beispiel wichtig ist, sind Bewertungen. Was wir zum Beispiel auch machen, ist sehr geil, wenn du Teambilder hast oder Bilder von dir mit Produkten, Produkte mit echten Menschen in Zusammenhang bringen. Das macht jede Brand so. Keine Brand arbeitet mit Stockfotos. Alle haben echte Menschen, Menschen aus deren Zielgruppe, die das nutzen, die happy darüber sind. Testimonials von Kunden sind extrem geil. Testsiegel, das ist eine Sache, wo ich gesagt habe, hey, ihr müsst das jetzt machen, weil in zwei, drei, vier Jahren haben das alle, dann werdet ihr es so oder so brauchen. Aber jetzt könnt ihr der Vorreiter sein und euch dadurch für die nächsten sechs, zwölf, achtzehn Monate einen Vorteil verschaffen, mehr Conversion haben, das Vertrauen der Kunden gewinnen, dadurch, dass halt nochmal ein unabhängiges Unternehmen euch und eure Produkte bewertet und einschätzt. Das sind Dinge, die sieht der Kunde und er denkt sich, okay, cool, das unterstützt das Vertrauen. Sagen wir mal zum Beispiel, wir nehmen zum Beispiel ein Bild von einem Produkt von uns, wo wir gar keinen Vorteil mehr beschreiben sollen. Da haben wir zum Beispiel so Testsiegel, für die unsere Produkte ausgezeichnet wurden. Testsiegelonline.de zum Beispiel könnt ihr anfangen und dann könnt ihr von da aus euch so ein Portfolio aufbauen, weil es dann einfacher wird, wenn ihr schon ein Siegel habt, auch bei anderen Vergleichsseiten und so weiter und so fort anzufragen. Und dann ist ein Bild von unseren Produkten, dann ist noch, wir sind eine deutsche Brand, dann ist ein Bild bei uns vom Team mit den Produkten mit drin und seitdem wir sowas gemacht haben, haben wir gesehen, dass unsere Conversion signifikant steigt. Nicht um 0,2%, sondern wirklich große Unterschiede. Und das Produkt ist das Gleiche, der Preis ist der Gleiche. Unsere Werbekosten senken sich dadurch, dadurch steigt unsere Marge, dadurch wiederum die Möglichkeit, theoretisch mehr in Werbung zu investieren, unsere Umsätze sogar noch weiter zu steigern. Das heißt, das sind alles Kreisläufe, die noch positiv sich auswirken. Es gibt mehrere, wirklich mehrere, Möglichkeiten, Vertrauen aufzubauen. Ich kann das natürlich in so einem Podcast nicht alle sagen, wenn du bei uns im Training bist, dann lernst du das komplett von A bis Z, wie du Vorteile durch immer wieder Beweise, Proof, dadurch Vertrauen aufbaust, untermauerst und dadurch die Conversion deiner Konkurrenz einfach in Luft zerfetzt. Weil das ist das, das muss das Ziel sein, du musst besser sein als die Competition. So, das ist der zweite große Punkt, also Punkt 1, Videos. Punkt 2, Vertrauen aufbauen und Punkt 3, in Erinnerung bleiben. So, du musst durch dein Marketing bei Kunden in Erinnerung bleiben. Das heißt, du musst dir vorstellen, wie ist eine Customer Journey auf Amazon. Die Kunden auf Amazon, die gehen hin und die suchen nach was. Zum Beispiel wieder Smoothie Maker oder keine Ahnung, Mixer für Saft oder sowas. Keine Ahnung, was die Leute genau danach suchen, aber kann man ja sehen. Die Keywords. So, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde ein Produkt anklickt und sofort dieses Produkt kauft, ist sehr unwahrscheinlich. Denn in der Regel vergleichen Kunden. Das ist so eine Illusion, die manche Verkäufer haben. der sieht mich, ich bin auf Seite 1, deswegen klickt er drauf und kauft bei mir. Aber wenn du mal deine Daten genau anguckst, das kannst du theoretisch im Seller Center auch auswerten, wie viele Leute klicken auf dich und wie viele Sessions hast du. Dann sind die Sessions maßgeblich höher. Das heißt, viele Leute klicken auf dein Produkt und kommen dann später nochmal wieder. Das heißt, die vergleichen mehrere Produkte miteinander und kaufen dann am Ende das, was ihnen am besten gefällt. Umso besser dein Produkt in Erinnerung bleibt, desto wahrscheinlicher ist es, dass dein Produkt gekauft wird. Denn natürlich, wenn der 5, 6 sehr ähnliche Produkte vergleicht, dann muss er am Ende des Tages eine einfache Entscheidung treffen können und wenn dein Produkt irgendwie aus der Masse hervorsticht, ist es einfacher, dein Produkt zu kaufen als das von anderen. Ein Beispiel bei den Smoothie Makern, der hat zum Beispiel sehr gut funktioniert, ist, dass wir im Marketing eine Sache gemacht haben, das nennt sich eine Dramatic Demonstration. Man lernt bei uns im Training, das kann man fast für jedes Produkt anwenden, wie das funktioniert. Das haben auch viele Kunden schon echt witzige Sachen umgesetzt und da zum Beispiel wird ein Mixer genommen und in diesen Mixer wird ein Telefon reingeschmissen und das wird einfach gemixt und aus diesem Telefon wird Staub gemacht. Also versteht ihr, das ist eine Dramatic Demonstration, das heißt, natürlich macht das niemand in Wirklichkeit, aber jeder sieht, wie krass die Power von diesem Mixer ist, das heißt, es unterstreicht einen Vorteil, einen Benefit und gleichzeitig kann sich jeder danach daran erinnern, weil es so ein What-the-fuck-Moment ist. Erinnert ihr euch noch an diese Leute, die mit Hammer immer auf diese Displays von Handys draufgeschlagen haben, um zu zeigen, dass diese Panzerfolie fest ist? Sowas kannst du für fast jedes Produkt zum Beispiel machen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, so in Erinnerung zu bleiben, auch sicherlich auch noch bessere, aber das ist zum Beispiel eine Sache, wenn jemand dieses Video gesehen hat, dann ist das eine Sache, die bleibt ihm einfach im Kopf und wenn er fünf, sechs Produkte verglichen hat, dann wird er sich danach immer noch an dein Produkt erinnern können, zu 100 Prozent. So, und so etwas musst du für dein Produkt herausarbeiten und das sind mal so drei Punkte, die einfach wirklich aus einem durchschnittlichen, guten Listing ein Top-Listing machen können. Klar, es gibt auch noch mehr als diese drei Punkte und man kann auch noch weiterkommen und es gibt auch, wir haben neulich wieder eine Strategie zum Beispiel gefunden, die wir jetzt gerade am Umsetzen sind für alle unsere Sachen, wo wir am Testen sind, aber die ersten Tests laufen absurd genial, wo wir sehen, hey, das wird für uns im Monat mehrere tausend Euro mehr Profit bringen. Eine einzelne Sache und das ist der Grund, warum ich auch immer sage, zu allen Leuten, die auf Amazon verkaufen und wachsen wollen und was Größeres aufbauen wollen, kommt zu uns ins Training, weil bei uns könnt ihr diese Sachen lernen und das Ganze schon ausgearbeitet. Ihr müsst nicht alle selbst ausprobieren oder einmal zig Sachen suchen, weil sowas erfahrt ihr nicht auf YouTube. Vielleicht bei uns bekommt ihr mal so ein paar Sachen wie jetzt, aber wie setzt du das dann konkret um? Dabei können wir unterstützen, wir können konkret eine Strategie entwickeln für dein Produkt speziell und ich empfehle dir das einfach mal zu machen. Also wenn du hier diesen Podcast hörst und es schon länger verfolgst oder vielleicht auch erst seit kurzem verfolgst und einfach mit Amazon schneller mehr Kunden generieren möchtest, deine Umsätze und vor allem aber auch deine Margen erhöhen willst, dann solltest du unbedingt Kunde bei uns werden. Also, in dem Sinne hoffe ich, geilen Impact für euch dabei gewesen, dass du was daraus mitnehmen kannst, so oder so in die Umsetzung damit gehst und ja, dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg, gute Umsätze, mehr Marge und Gewinne, weniger Konkurrenz oder einfach die Macht eure Konkurrenz besiegen zu können und dann hören wir uns aller spätestens nächsten Montag wieder. Bis dahin, weiterhin viel Erfolg. Mein Name ist Niklas Spelmeier und ciao. Bis dahin, 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 bis dahin,